Guten Morgen, heute gibt es mal zwei Runden Dead by Daylight, da die etwas kurz waren und wir spielen heute zusammen mit Daniel im Online-Modus und ich wünsche euch viel Spaß beim Video Ruhmschacht Das Macmillan-Anwesen Ich hätte gerne ein Macmillan-Anwesen Mit Doppeltäte Ich bin Tasty Ach du Scheiße Ah jetzt hab ich unten rechts das Oh Gott ey Wo sind die Chanoi Towers? Ach du Scheiße Alter Direkt auf mich man Das ist ein unsichtbarer übrigens Oh ne Die Klotten noch gar nicht mehr Da haut er auf die Leerplätze Und ich hab überhaupt nicht drauf gehabt, ist der noch bei dir? Äh ja der hängt mich grad auf dem Haken Ja komm ich geh mal zu, der soll ja Lust sein Ja der ist halt noch hier Oh da war jemand in deiner Nähe mit dem Generator Ja hier ist einer Ja hier ist einer Ja Und da kommt noch jemand Ach was Alter Bist du tot? Ja da war aber direkt einer der mich eigentlich holen wollte Ich hab's gesehen Ich hab's gesehen Das ist so Ja dann Scheiß auf die Generator Kannst du noch rennen? Ich kann rennen Ja wieso? Ich hab gedacht der hat dich gehabt Ach ne ne es war ein Anderen Achso Ich war da nur auch in der Nähe Ich glaub die Runde verkacken wir Das ist ja halt nicht verkacken Du machst dich jetzt schon auf die Suche nach der Falltür Ja aber da muss der Andere auch sterben Das wird nicht mehr lange dauern Aber gut der Halt ist gerade Und weg Das ist wahrscheinlich eh der Geist Und noch drei Generatoren zu zweit Oh der, oh Digga Oh Bonusfunk da Ah stimmt ich hab ja die Taschenlamme noch die nix bringt Da ist der Ausgang Da ist er Oh da ist er Dieses Heulen alter Was auch immer das ist Händen Händen Verpüß dich mal Oh oh Der Kollege hat nicht geahnt Wird da eigentlich nicht hin Er hat ihn oder? Oh Scheiße Er hat ihn oder? Oh Scheiße Einmal gehit ist ja Wo ist er? Links Hallo Ja such mal die Luke dann Ne ne ich will dem helfen So wie du mir geholfen hast Hä Oh 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 Hast du dein Kollege denn Hallo? Ich kann ihm nicht helfen Oh oh Warum konnte ich ihm nicht helfen Warum konnte ich ihm nicht helfen? Wahrscheinlich wieder derselbe Park wie bei mir letztes Mal Oh oh Hat er gesehen Nein Der Wichser Du kannst aber probieren Ich wollte mir nur die Taschenlamour zeigen Hätt ich dem helfen können, ja gut, das wäre auch von der Zeit her knapp gewesen, ja super. Ich muss flüchten versuchen, auch wenn es schlecht ist. Ja, bringt er im Prinzip nichts mehr, ne? Ich hätte mir vor, dass so ein Ding durch den Körper stecken würde. Ja. Ich wäre dann ziemlich unglücklich. Der kann mir nicht mehr helfen, oder? Ne, der kann nichts mehr machen. Ja komm, scheiß drauf. Ich hätte auch Punkte kriegen können, aber scheiß drauf. Das war ne Kackrunde. Joa, Emu ist Kaimu, muss ich sagen. Emu ist Kaimu. Ich, der liegt jetzt nur noch da am Boden rum. Also dann, zurück und raus. Oh, 900 Punkte hast du gekriegt. Kriegen wir dann die Punkte trotzdem? Ja gut. Jaja, klar, kann schon was da draus gehen. Da, Bluthütte, das ist doch immer ein anderer Satz, was da steht, oder? Was? Vielleicht ist die Hütte in der Mitte immer anders? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist sie jetzt aus Blut. Sonst? Ja? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, da ist ein Generator, der nicht angeht, weil da nichts steht. Danke. Ist auch ein Generator. Ein Transgenerator. Ja. Ein Transgenerator. Bumsen. Würde ich gern Transgenerator bumsen? Nee. Jetzt kann man ja fragen. Der Kettensägenmann. Kettensägenmann. Oh ja. Verpisst euch, Vögel. Oh, da ist jemand am Generator, wo ich jetzt auch bin. Ich bin auch am Generator, wo du auch bist. Das bin ich. Ich hoffe, ich verkackst, ne? Ich hoffe, der ist nicht bei dir. Der kommt. Nee, doch nicht. Hä? Boah. Wuuu. Der war aber in der Nähe. Dann heißt's Arsch weg. Oh, da ist er doch. Oh, der hat dich gesehen. Ja, er hat mich. Er hat mich getroffen, aber ich habe ihn, glaube ich, ein bisschen verwirrt. Oh, da war noch ein anderer Transgenerator in der Nähe. Vielleicht sieht er mich, ne? Er hat mich durchgesehen. Oh mein Gott. Jetzt ist er an dir vorbei gerannt. Ja. Lol. Ich habe mich einfach in der Ecke versteckt. So nice. Hier in Richtung Haus. In Richtung Haus. Oh, hier ist eine Truhe. Ah, ich sehe jemand davon, ne? Ich glaube, das bist du an der Truhe. Ja. Und was hast du? Bist du verletzt? Ja, bist du. Dann soll man stehen. Ich habe einen Koffer. Okay. So einen Haken mal verlegen. Und schon geht es ja besser, hä? Oh, guck mal hier. Da. War ich nicht. Eben an dem dran, doch. Den habe ich verkackt. Hä, der geht gar nicht. Ja, bei mir ging der auch eben nicht. Von der einen Seite kommt man nicht vor. Oh, Daniels Jack. Sorry. Okay. Oh, Marco. Steffst du dran? Ja, ja. Ich gehe weg. Der kommt, der kommt, der kommt. In den Schrank rein. Ja, er ist beim Generator. Er ist auf dem Hügel. Oh. Er ist wieder am Generator. Ja. Und jetzt läuft er wieder Richtung Haus. Ja, weil da hinten wohl gerade ein Gentle Spader gemacht. Nice. Gentle. Gentle. Ich bin's the money. Hast du dich da versteckt gehabt? Ja, ja. Aber ich bin dahin gerannt und ich habe mich gewundert, dass er mir nicht gefolgt ist. Oh, noch einen. Oh, nice. Boah, verstärkt. Jawoll. So, und jetzt. Outy smouty. Ah, da hinten. Ja, da hinten. Zwei Stück. Wollen wir noch einen machen? Boah, nee. Lieber raus, oder? Ich habe keinen Säcke gehabt. Ja. Oh, da ist er. Ich weiß nicht mehr. Ich mache noch hier schön das Ding kaputt. Risiko. Ich habe doch mal ein paar Points getten, würde ich sagen. Einer ist schon raus. Ja, ich mache die andere Tür gerade auf. Nein, 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 nein. Zieh. Okay, ich muss raus. Ich muss raus. Ist er bei dir? Ja, da war er in dem Ausgang. Noch ein bisschen Hook-Sabotage. Ah, jetzt verstehe ich das. Mit den, äh... Man muss gewisse Punktzahl irgendwie. Okay, gucken wir dir mal zu. Ja. Ja, ich renne jetzt raus. Scheiße. Lol. Adios. Ja, nice. Super sexy. Super sexy. Das war ein... Das war ein easy game hier. Musst du nicht mal meine Kettenbilder raus holen, oder? Ja, aber er. Da siehst du, dass so ein Fortschritt bei dir ist, so eine... Da bei den Punkten. Und das sind so Diamanten, da muss ich bestimmte Punkte erreichen, und das ist wahrscheinlich dreimal hintereinander. Ja.